Stell dir vor, du könntest deine körperliche Fitness maximieren, deine Ausdauer verbessern und deinen täglichen Stress abbauen und das alles mit einem einzigen Fitnessgerät. Ja, genau, wir reden hier über einen Boxsack. In diesem Video zeige ich dir die 5 herausragendsten Boxsäcke auf dem Markt, damit deine Workouts niemals frustrierend, sondern immer effektiv und befriedigend werden. Aber Achtung, nicht jeder Boxsack ist für jeden gleichermaßen geeignet. Ob du professioneller Boxer bist oder bloß auf der Suche nach einer neuen, spannenden Methode, deine Fitness zu steigern, wir haben hier für jeden etwas dabei. Lass uns also tief in die Welt der Boxsäcke eintauchen und deine Fitness auf ein neues Level bringen. Bleib dran, um deinen perfekten Boxsack zu finden. Mach dir keine Sorgen, wenn du jetzt denkst, wo finde ich diese Boxsäcke? Denn ich habe dir das Leben leicht gemacht und die Links zu allen genannten Boxsäcken in der Videobeschreibung hinterlassen. Dort kannst du dich weiter über die einzelnen Produkte informieren oder sie sogar direkt bei Amazon kaufen. Und während du dort bist, vergeiß bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Deine Unterstützung hilft uns, weitere hochwertige Inhalte für dich zu erstellen. Bleib dran! Jetzt wenden wir uns dem ProRobust Boxsack-Set zu. Ein absolut robustes Modell, das mit seinem Preis von rund 76 Euro in der Mittelklasse liegt und von den Käufern im Durchschnitt mit 4,3 von 5 Sternen bewertet wird. Der Clou an diesem Set ist, dass es alle nötigen Komponenten für dein Heimtraining liefert, von einem 1,2 Meter langen Boxsack über 340 Gramm Boxhandschuhe bis hin zu Boxbandagen und einem Reflexballset mit drei Trainingsstufen. Der Boxsack selbst wurde mit Liebe zum Detail aus robustem PU-Leder hergestellt und verfügt über mehrschichtige Konstruktionen, die auf Qualität und Langlebigkeit abzielt. Verschiedene Füllmaterialien wie Sägemehl, altes Tuch oder sogar Schwamm können verwendet werden, wobei eine maximale Füllmenge von 40 Kilogramm empfohlen wird. Auch wenn es sich um ein ungefülltes Modell handelt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das ermöglicht eine einfache Lagerung und einen unkomplizierten Transport. Was wirklich dieses Set hervorhebt, sind die fortschrittlichen 12 Unzen Handschuhe, ausgestattet mit 10 Millimeter dickem, hochdichtem Schaumstoff und vorgeformtem anatomischem Handdesign. Diese liefern nicht nur ausgezeichnete Stoßdämpfung, sondern schützen auch effektiv deine Hände. Eine weitere Besonderheit ist der 360 Grad drehbare und stabile Aufhänger. Mit ihm bleibt der Sack auch nach kräftigen Schlägen in Bewegung und sorgt somit für ein realistisches Boxerlebnis. Für den Aufbau sind allerdings Bohrer mit 14 Größe erforderlich. Ein Punkt, den manche Käufer als übertrieben empfinden, daher könnte eine andere Setoption für die Befestigung benötigt werden. Ungeachtet kleiner Herausforderungen. BI der Montage bringt das ProRobust Boxer-Set ein vollständiges Trainingserlebnis in dein Heim und bietet sowohl für MMA als auch für Kickbox-Training hervorragende Möglichkeiten. Wenn du auf der Suche nach einem soliden Boxer-Set für dein Heimtraining bist, könnte das ProRobust-Set genau das Richtige für dich sein. Jetzt schauen wir uns den Boxer-Inklusive Heavy-Duty-Stahlkette von Bad Company an. Mit einer durchschnittlichen Kundenbewertung von 4,6 von 5 Sternen und einem Preis von etwa 80 Euro bietet dieses Modell ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich ist der Boxsack in zwei Größen, 80 x 30 cm und 100 x 30 cm. Bei dem Material des Boxsacks hat Bad Company auf robustes Canvas einem reißfesten Leinengewebe gesetzt. Dies garantiert eine lange Haltbarkeit, auch BI-intensivem Training. Unterschied zu den zuvor vorgestellten Modellen besteht darin, dass er entweder ungefüllt oder bereits gefüllt geliefert wird. Der ungefüllte Boxsack kann individuell mit Textilresten, beispielsweise Filz- oder Kleidungsreste, befüllt werden. Aber das ist nicht das Einzige, was diesen Boxsack besonders macht. Bad Company liefert den Sack nämlich mit einer 4-Punkt-Stahlkette. Sodass du gleich loslegen kannst. Mit der Kette lässt sich der Boxsack direkt an der Decke befestigen, was ihn nicht nur zu einer hervorragenden Wahl für das Home-Golm, sondern auch für Fitnessstudios und Boxclubs macht. Boxen ist bekanntermaßen ein Sport, der sowohl den Körper als auch den Geist trainiert und die Gesamtfitness steigert. Mit dem Bad Company Boxsack kannst du neben der Beweglichkeit und dem Reaktionsvermögen auch Kraft und Ausdauer verbessern, vor allem im Hinblick auf die Oberkörpermuskulatur wie Trizeps, Bizeps und Schulter sowie Rückenmuskeln. In den Kundenrezensionen wurde besonders die robuste Qualität und einfache Befestigung des Boxsacks hervorgehoben. Viele Nutzer bemerkten auch Verbesserungen in ihrer körperlichen Fitness und Ausdauer seit Beginn des Trainings mit diesem Boxsack. Allerdings gibt es auch einige, die die Befüllung des ungefüllten Boxsacks als etwas mühselig empfanden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Boxsack von Bad Company, ob gefüllt oder ungefüllt, eine hervorragende Investition für dein Training sein kann. Mit seiner robusten Qualität, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und der mitgelieferten Stahlkette bietet er dir alles, was du für dein Box- oder Kickbox-Training benötigst. Als nächstes schauen wir uns den Drypex Boxsack an, einen freistehenden Standboxsack, bestens für MMA-Training. Mit einer durchschnittlichen Kundenbewertung von 4,3 von 5 Sternen und seinem Preis von knapp 119,98 Euro ist er eine hervorragende Wahl für alle, die nach einem praktischen Trainingsgerät suchen. Dieser Boxsack ist anders als die bisher vorgestellten Modelle. Du hängst ihn nicht an eine Decke, er steht einfach auf dem Boden und das stabil mit einer Wasser- oder Sandbasis. Diese hat einen Durchmesser von etwa 33 x 50 cm und verfügt über 12 starke Saugnäpfe, die ein Verrutschen oder Wackeln während des Trainings verhindern. Der Hersteller empfiehlt jedoch, beim Befüllen der Basis Sand zu verwenden, da Wasser oft zu häufigem Umfallen führt. Im Hinblick auf Strapazierfähigkeit scheint es B dem Drypex Boxsack ebenfalls keine Bedenken zu geben. Damit du lange Freude an deinem Training hast, ist der Boxsack mit einer 2 mm dicken Oberfläche aus reißfestem PU-Leder, hochdichtem EPE-Schaumstoff und umweltfreundlichem Gewebepuffer ausgestattet. Damit hält er auch starken Schlägen und Tritten problemlos stand. Ein weiteres Highlight dieses Modells ist sein aktualisiertes stoßabsorbierendes System. Es besteht aus einer doppelten PVC-Absorber und vier Federn für 360 Grad Stoß und Geräuschdämpfung. Für ein intensiveres Training können du die Federn auch entfernen, um weniger Vibrationen zu haben. Wie die anderen Modelle eignet sich auch dieser Boxsack perfekt, um Agilität und Koordination zu verbessern und Stress abzubauen. Er ist leicht und einfach zu handhaben. Du kannst ihn auf allen Ebenen Böden aufstellen und sogar im Freien nutzen. Er steht 175 cm hoch, bei einem Durchmesser von 26 cm. Die Kunden schätzen insbesondere den einfachen Aufbau, das innovative Federsystem, das für wenig Lärm sorgt und die Robustheit des Boxsacks. Einige Kritikpunkte waren jedoch das Befüllen der Sandbasis durch eine zu kleine Öffnung und die Instabilität, BI, der Befüllung mit Wasser. Zusammenfassend bietet der Drypex Standboxsack mit seinem ausgefeilten System zur Stoßdämpfung, der hochwertigen Materialauswahl und dem stabilen Standfuß ein rundum gelungenes Produkt für dein Box- oder MMA-Training zu Hause oder im Büro. Durch seine einfache Handhabung und Flexibilität wird er deinem Training ganz sicher eine neue Dimension geben. Mit dem Lekero freistehenden Boxsack haben wir nun einen echten Allrounder, der sich ideal für dein Kickbox- oder MMA-Training eignet. Bei einem Kaufpreis von rund 140 Euro und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen bekommt man hier eine solide Ausrüstung geboten, die mehr als nur ein Standard-Box-Training ermöglicht. Das Besondere an diesem Set ist, dass der Kauf nicht nur den Boxsack umfasst, sondern auch ein paar Box-Handschuhe mit einem Gewicht von 340 Gramm. Damit bist du gleich für dein Training bestens ausgerüstet und kannst selbstbewusst in jede Trainingseinheit starten. Die Qualität des Lekero Boxsacks überzeugt durch eine vierlagige Verbundstruktur aus hochfestem Stahl, hochdichtem EPE-Schaum, einer weichen Gewebeschicht, einer Pufferschicht und einer widerstandsfähigen Oberfläche aus Kunstleder. Dieser Boxsack beweist eine beeindruckende Elastizität und einen schnellen Rebound, was ihn zu einer langlebigen und reißfesten Option für dein Fitness-Zuhause macht. Ein weiterer Pluspunkt des Lekero Boxsacks ist die außergewöhnlich stabile Basis. Sie besteht aus Polypropylen, kann mit bis zu 80 Kilogramm Wasser oder 100 Kilogramm Sand gefüllt werden und verfügt über 12 Saugnäpfe, die für zusätzliche Stabilität sorgen. Das macht diesen Boxsack zu einer sehr standsicheren Option im Vergleich zu anderen Modellen. Sollte es trotz der hochwertigen Materialien und der robusten Konstruktion zu Problemen kommen, bietet der Hersteller eine dreimonatige Qualitätsgarantie und einen sehr guten Kundenservice. Es sollte allerdings beachtet werden, dass der Lekero Boxsack aufgrund seiner Größe in zwei Paketen geliefert wird. Dies kann dazu führen, dass die Lieferung gestaffelt erfolgt, was zu einem zeitlichen Austausch führen kann. Aber trotz der vielen positiven Aspekte gibt es auch einige Punkte zu bemängeln. Einige Nutzer beschweren sich darüber, dass die Saugnäpfe BI-harten Stößen den Halt verlieren und der Boxsack umfällt. Darüber hinaus besteht bei intensiver Nutzung die Gefahr von kleinen Rissen im Material. Ein weiterer Kritikpunkt ist der anfängliche Gummigeruch, der jedoch nach ein bis zwei Wochen verschwinden sollte. Zusammenfassend ist der freistehende Boxsack von Lekero ein professionelles Set für das heimische Training mit einigen kleinen Macken, die jedoch durch die Qualitätsgarantie und den guten Kundenservice ausgeglichen werden können. Es handelt sich um eine preiswerte Alternative zu den höherpreisigen Modellen, die vor allem durch ihre Ausstattung und hochwertigen Materialien punktet. Als Spitzenreiter präsentierte sich der DRIPEX freistehende Boxsack. Mit einer innovativen, stoßabsorbierenden Technologie, höchster Strapazierfähigkeit bestehend aus Polyurethan-Leder, EPE-Schaumstoff und Gewebepuffer und einem extrem stabilen Standfuß, bietet dieser Boxsack das Rundum-Paket für effektives MMA und Boxtraining. Für etwa 120 Euro erhält man hier einen Boxsack, der locker mit deutlich teureren Modellen mithalten kann. An zweiter Stelle befindet sich das ProRobust Boxsack-Set. Mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer nützlichen Komplett-Box-Ausstattung beeindruckt es insbesondere Einsteiger und Gelegenheitssportler. Der Boxsack überzeugt mit Strapazierfähigkeit durch das robuste PU-Material und kann individuell befüllt werden, was ihn flexibel einsetzbar macht. Der dritte Rang geht an den Boxsack von Bad Company. Er bietet eine hohe Verarbeitungsqualität und durch seine Form und Größe eine perfekte Fläche für variable Schlag- und Trittkombinationen. Dieser Boxsack ist ideal für erfahrene Boxer und jene, die es werden möchten. Sein Vorteil liegt im robusten Canvas-Material und der Möglichkeit, ihn gefüllt oder ungefüllt zu kaufen. Und last but not least, Platz 4 belegt der Lequeiro freistehende Boxsack. Dieses Set trumpft vor allem mit seiner Vollständigkeit auf. Sowohl Boxsack als auch die Handhandschuhe sind enthalten. Zudem verfügt er über eine stabile Basis mit Saugnäpfen und eine solide vierlagige Verbundstruktur. Ein paar kleinere Mankos wie das gelegentliche Umfallen und der anfängliche Gummigeruch kosten ihn jedoch den ein oder anderen Platz im Ranking. Doch überzeugen könnte er dennoch mit seiner ordentlichen Qualität zum fairen Preis. Das war es, liebe Boxfans. Wir hoffen, unser Video konnte Ihnen einen klaren Überblick über die besten Boxsäcke auf dem Markt verschaffen und Ihnen bei der Auswahl helfen. Wie Sie sehen, gibt es für jedes Niveau und jede Preisvorstellung etwas Passendes. Also, worauf warten Sie noch? Schnappen Sie sich Ihren favorisierten Boxsack und starten Sie durch. Den Link zum Kauf finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat und Sie mehr solcher Inhalte sehen möchten, abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal. Teilen Sie das Video auch mit anderen Boxenthusiasten in Ihrem Leben. Denn genau wie wir wollen auch Sie Ihr Training auf das nächste Level bringen. Also dranbleiben, weiter trainieren und uns auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unser Video anzusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt am Ball und gebt eurer Leidenschaft einen guten Schlag. Und denkt dran, wer rastet, der rostet.